Musik In Berlin-Schöneberg feierte die Bauwert-Investment-Group Mitte Juni Richtfest für zwei neue Wohnhäuser in der Vorbergstraße 4. Nach einer achtmonatigen Bauphase sind die zwei Rohbauten des Vorder- und Gartenhauses mit einer Wohnfläche von 3650 Quadratmetern fertiggestellt. Für den Polier bietet das Richtfest eine gute Gelegenheit, ein erstes Zwischenfazit zu ziehen und sich bei seinen Bauarbeitern gebührend zu bedanken. Mit dem Verlauf des Baus bis zum Richtfest bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich habe eine sehr gute Truppe hier und habe auch immer noch gute Leute auf der Baustelle. Zuverlässig, fleißig, willensbereit und die Bereitschaft, diese an den Tag legen, also super, einfach nur super. Gemeinsam mit den künftigen Bewohnern, Bauherren und Architekten wurde also das Richtfest für das neue Wohnensemble gefeiert. Im Frühjahr 2013 sollen die neuen Häuser im Akazien-Kiez fertiggestellt sein. Der begehrte innerstädtische Standort in ruhiger Kiezlage überzeugte sowohl den Bauherren und auch den Architekten von dem Bauprojekt. Das Besondere an dem Projekt ist, es liegt wunderbar ausgerichtet nach Süden, nach Westen. Es hat ein schönes Gegenüber, es ist eingebettet nur in wunderbare Altbauten. Und drumherum gibt es jede Menge lokale, nette Läden, schöne Möglichkeiten zum Entspannen. Also es ist eine ganz, ganz wunderbare Mikrolage. Ich denke, das Besondere ist natürlich die Lage hier im Schöneberger Kiez. Wir haben hier die Chance gehabt, eine Oase der Ruhe, des Wohnens, mitten in einem höchst beliebten Schöneberger Kiez mit quirligem Leben, fast Pariser Leben rundherum zu schaffen. Terrassen mit Westausrichtung, also Westsonne, Abendsonne und eine Tiefgarage, nicht zu vergessen, die zwei Häuser verbindet. Und die natürlich gerade hier in dieser Gegend besonders begehrt ist. Um die Wohnhäuser in die gründerzeitlich geprägte Nachbarschaft einzubetten, erfolgt in der Vorbergstraße 4 die Gestaltung mit traditionellen sowie zeitgenössischen Elementen. Es werden viele natürliche Materialien wie zum Beispiel Holzfenster und Natursteinbelege verwendet. Über einen torartigen Durchgang gelangt man zukünftig zum aufwendig gärtnerisch gestalteten Innenhof sowie zum Gartenhaus. Es geht immer darum, ein hochwertiges Wohnen wirtschaftlich zu kreieren, also kompakte Grundrisse zu schaffen, die trotzdem eine gewisse Großzügigkeit ausstrahlen. Gemeinsam mit seinen Partnern erfüllt die Bauwert Investment Group mit seinem Projekt Vorberg 4 diese Anforderungen. Das Unternehmen setzt bei der Auswahl seiner Architektenbüros und Baufirmen auf hohe Qualität. Wir suchen uns immer unsere Partner nach der Leistungsfähigkeit aus. Das Thema ist nicht, möglichst preiswert zu bauen, sondern mit möglichst soliden, seriösen, guten Partnern zu bauen. Und genau so erfolgt die Auswahl. Das war auch jeder Fall. Wir haben hier exzellente Partner, so im Rohwerbereich wie in den anderen Bereichen. Und es ist nicht immer die preiswertesten, dafür immer die besten Partner. Insgesamt entstehen 33 Eigentumswohnungen auf dem 1500 Quadratmeter großen Grundstück. Bereits 75 Prozent sind veräußert und größtenteils stammen die Käufer aus der direkten Nachbarschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017